Hallo und willkommen zurück bei einer illustren Runde Golf It in bekannter größerer Runde mit dem Spielsatz-Fail-Olli. Hallo! Hallihallo! Die Kim, die ich heute schon wieder nicht an erster Stelle gesetzt habe, ist auch dabei. Hallo! Das ist voll okay. Moin Moin! Ja, und neben meiner Wenigkeit und Daniel ist auch der Alex auch wieder dabei, der wieder Punkte sammeln möchte. Hallo Alex! Das Letzte ist am Start. Das Letzte ist am Start, genau. Alex spielt wieder Mankomania, wer es noch kennt. Genau, wir spielen James, nee, Magic Pond. Das heißt, wir versenken jetzt Golfbälle im Teich und ja, lass uns loslegen. Gut, ich habe gedrückt. Oh! Es ist wie Alice im Wunderland. Eine Pilzerfahrung. Abbe den Kaninchenbau! Das sieht ja toll aus. Ich will zum Hutmacher. Warum seid ihr schon wieder alle viel schneller als ich? Der ist wirklich da hinten. Und mit der Spiegelbahn fahren. So, und ich hoffe, ich muss nicht wieder WASD bemühen, verdammt, noch eins. Wahnsinn. Oh, cool, wie wir in den Planeten eingedrungen sind. Schön. Hier hat doch jemand Licht an. Bin ich das am Ende? Äh. Ne, meins war aus. Ich sehe da vorne wieder was, was mir... Das bin ich. Ihhh. Aber das passt zur Map. Okay, trauen wir uns mal, oder? Ja, das sieht natürlich nicht schlecht aus. Nein! Wow, wow, wow. Das war sehr doll. Ah! Dieser zweiten Intimeter! Gleich zu Hause! That's what she said! Da sagen sie immer, auf die Größe kommt's nicht an. Naja. Technik und so, ne? Also meine Technik war gut. Natürlich war die gut. Was ist denn das jetzt? Ich komme irgendwo komplett anders hin. Eine Pflanze hat mich gefressen. Was? Warum sehe ich eigentlich nicht, wie viele Schläge ich hab? Da muss ich mal umschalten. Ist ja interessant. Achso, jetzt wurde es zurückgesetzt. Du hast nicht gesehen, wie viele Schläge du hattest, Kim? Nö. Unten rechts und so? Ach nö. Ich hatte keine Anzeige. Gucken wir mal, ob jetzt keine kommt. Keine kommt. Völlig unwichtig. Brauche ich nicht zu sehen. Ja, eben. Seid ihr schon alle fertig? Ja. Ich weiß sowieso, der erste Platz wird mir verwehrt bleiben. Der zweite vielleicht auch mal sehen. Der vierte, äh, der dritte. Ja, mal sehen. Werden wir alles gucken. Also ich hab schon mal ganz viele Punkte auf der Karte. Du hast schon mal woanders reingeschnuppert. Äh. Warte. Auf Schnee, Schnubberkurs. Ja, genau. Scheißen Dreck. So, schlagt ihr mal. Hey, ich hab eine Anzeige. Sonst gibt's da wieder Kollision ohne Ende. Ja, ja, ja. Ich bin mit meinem Schnubbermobil auf Schnubberkurs. Achso, das ist ja wieder easy hier. All in on. Ach echt? Na, er wird sich doch nicht an. Er wird sich doch nicht anschicken, hier mal Konkurrenz von Olli zu machen. Ja, natürlich, du Träumerchen, du. Uch, ist ja voll lieblich. Ich will nicht alleine hier drüben sein. Ach, wir liegen alle woanders? Oh, und ich flieg. Rakete flieg, flieg, flieg. Au. Was? Was mach ich jetzt hier oben? Wo ist denn der Trick? Hä? Und du? War das falsch? Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ach du Scheiß. Geh mal durch die Röhre. Also erst mal hoch und dann... Geh erst mal hoch. Ich war doch schon oben, aber da bin ich wieder zurückgesetzt worden. Ja, da musst du hoch. Ja, aber ich war schon oben, ich bin zurückgesetzt. Ach, da? Das ist zu weit oben. Ach, ich war zu weit oben. Sag mal, seid ihr bald fertig mit eurem Streitgespräch dann? Man kommt ja gar nicht dazwischen. Ja, ich muss ihn navigieren. Ach, hei. Ach, was? Oh, fuck. Ups. Was? Hey? Hallo, Oli. Ja, ähm... Ich wollte hier gar nicht hin. Muss man vielleicht in die Mitte rein? Kann das sein? Ich denke schon. Das war zu weit. Boah, diese Kollision nervt, ne? Man muss ständig warten, bis einer da nicht mehr im Weg rumliegt. Entschuldigung. Nein! Oh, shit. Das war geblockt. Ja, man muss in die Mitte. Okay. Ach, cool. Gefällt mir aber. Ach, das hübsch hier. Och, komm schon. Ähm, was? Komm schon. Aha. Warum bin ich so räudig? Warum bin ich so räudig? So räudig? So räudig? Und jetzt fliege ich wieder. Jetzt sind wir wieder bei Herrn Quack. Jawoll. Super. Wie viele Schläge hat man? Gerade noch den letzten Moment von Daniel erwischt. 15 habe ich eingestellt. Wenn ich nicht irre. Oh. Mann, ich rolle hier ewig rum. Jo. Das sieht vor allen Dingen in der Ansicht, wenn man dich so beobachtet, gar nicht so aus. Da denkt man immer, der ist doch jetzt zum Stillstand gekommen. So. Schön durchsippelstück. Ja. Ja. Hätte auch ein bisschen schneller gehen können. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Guck, da ist er doch. Das ist eine ziemlich schwere Map. Glaube ich. Das kann gar nichts vor. Oh je. Jetzt macht es wieder Peng hier. Ach. Und du? Das war die falsche Seite. Warte mal. Ich check jetzt hier. Ach, ah je. Das ist ja witzig. Okay. Ach, da geht es doch durch. Lass mal gucken, wo ich hier bleibe. Na komm. Na komm. Na komm. Na ein bisschen. Okay. Na. Ja. Schön. Ah ja, verstehe. Der Olli ist ja gut in seiner Auskundschaftsrolle. Was? Ich bin doch als letzter hier gewesen. Da sind Doxys. Hast du ironisch gemeint, oder? Hey. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Aber es war gar nicht mehr so schlecht. Ah, der war kacke. Das hätte nicht sein müssen. Da hätte ich mich lieber ran getastet. Okay. Oder so? Ach so. Also das Loch ist gesetzt. Ah, ich verstehe. Oh. Ne, das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was ich machen muss. Langsam ran. Ich verstehe es nicht. Oh. Oh, das ist ja cool. Nein, bleib noch nicht mal liegen. Soll ich dir einen Tipp geben? Nö. Schade. Warte es doch nur drauf, mir einen falschen Tipp geben zu können. Nein, nie. Definitiv hundertprozentig richtigen. Ich weiß nicht. Ich muss es ja auch selber versuchen. Kim, das heißt aus, wenn du so einen kleinen Zehnswasser gehalten hast und dann doch irgendwie abkünftig bist. Auf jeden Fall eher so da hoch. Okay. Ja. So. Wie wäre der Tipp gewesen? Aha. Jetzt kannst du ihn ja sagen. Jetzt berate ich ihn nicht mehr. Dann brauchst du auch nicht mehr. Bin ja im Ziel. Warum bin ich denn hier hinten? Ich will nicht in den Wasserfall. Aber hinter dem Wasserfall sind immer die Schätze versteckt. Hey, kein Schatz. Ich will ins Loch. Der Weg ist das Ziel. Ach, scheiße. Ich verstehe. Wo sind wir denn heute? Planschen bei Kim oder wie? Nee. Sie wollte ja den ersten Platz nicht. Ach, da hinten ist auch was. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, da ist Gebüsch. Das wollte ich nochmal zeigen. Hier. Ah, super. Das sind schon mal die ersten Anfänger von den Hot-Up-Streams von Kim. Ja, genau. In meiner Ein-Zimmer-Wohnung. Da, da, da tut sich was. Nein. Da kommt jetzt schon wieder in den Wasserfall. Jetzt klemmst du da unten fest. Na gut. Aber der war wunderschön, der Wasserfall. Ich verstehe es nicht. Ich versuche es mal so. Das war dumm. Ich war auch kurz davor. Willst du nicht vielleicht jetzt wenigstens deinen Tipp geben, Alex? Nein. Für Kim. Nein. Ich will selber. Kim hat auch ihren Scholz, siehst du? Ich glaube, hier die ich gar nicht. Der Tipp wäre eigentlich nur gewesen und musste ins Loch drehen. Ach so. Ihr wolltet ihn ja nicht hören. Ja. Nein. Nein. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Vielleicht. Ich habe noch eine halbe Minute. Ich kriege das hin. Aber nur noch drei. Aufgeschlossen. Dann benutze mal häufiger F. Sonst geht dir Zeit flöten. Ja, ich habe sowieso noch einen Schlag. Wir haben no reset penalty. Alles okay. Jetzt pass auf. Nein. Oh Gott. Ja, okay. Dann halt nicht. Das war Pech. Ordentlich gesammelt. Aber du hast den saubersten Ball von allen. Aber ich habe es nicht verstanden. Was hätte ich denn tun sollen? Was ist denn das? Keiner traut sich zu schlagen. Oh Gott. Wie schaffe ich denn das rückwärts zu schlagen? Ah shit. Genau den falschen erwischt. Schlechts rückwärts. Was soll denn der Scheiß? Genau den falschen erwischt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, da ist ein Loch. Jawohl. Ja, hör mal auf so rum zu dödeln. Du dödl. Ich habe hier nicht, was das Spiel von mir will. Ach, da sind Löcher. Guck mal an. Ja, so. Komisch, roll. 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 Roll weiter. Du bist geschafft zu rollen. Äh. Eben. Du, wofür du gemacht bist. Das ist aber nicht das schöne Loch erwischt. Du. Ich bin so verzweifelt in dem jedes Loch, was ich finde. Um Gottes Willen. Piep. Ey, Moment. Wie schön die Musik hier ist. Ja. Ja, toll. Das stimmt. Das ist ein bisschen entspannend. Ja. Oh. Es gibt immer so Leute, die zögern einfach gar nicht. Die hauen da erstmal rauf. Okay. Ach, so geht das. Oh, komm, 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 komm. Nein. Hallo, Alex. Möchtest du mich anstoßen? Nö. Na dann. Toll. Äh. Oh nein. Wieso mach ich denn so einen Müll, ey? Ein grandioser Schlag. Mhm. Ah. Oh Gott, der war noch viel besser. Wie kann man denn sowas... Ach komm, jetzt Eier da weg, Mann. Ich bin drin. Aus zwei mache ich fünf. Da warst du schon, Daniel, ne? Da war ich schon, ja. War doch so, genau. Na, das ist ja schon wieder... Nein! Ach, die Pflanze. Nö, die Pflanze. Jetzt hab ich's gesehen, okay. Oh nein. Oh, das ist aber auch ne schöne Übung hier. Oh, fuck. So, das müsste passen. Jawoll. Nein! Aber knapp. Nein, 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 nein. Oh man, ich hatte... Dass immer so ein Fuckloch dabei ist. Die Pflanze hat mich gerettet. Ach, die spuckt also... Warum fährt eigentlich diese Holzscheibe da hin und her? Ja, weil man da abprallen kann. Ach so. Und dann quasi... Ach, das braucht man doch gar nicht, Mann. Fährt ein schöner Bogen. Nein, 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 doch. Nein, vielleicht. Nein, nicht links vorbei. Nicht rechts vorbei. Ach, du blödes Ding. Oh, das ist ein scheiß Navi. Ich kann jetzt zwischen... Pflanze, hau ab! Was willst du von mir? Zwischen zwei Action-Kameras umschalten hier. Spuck mich aus! Das kostet auch richtig... Aber doch nicht da hin. Ich schaff... Ich schaff's doch nicht. Audrey, ist heute Hunger. Ich schaff's! Na, ist doch gut. Meine Güte. Jetzt können wir uns mal wieder beruhigen, ja, Jonathan. Ich weiß nicht, was heute los ist mit meiner Stühle. Das machst du eher absichtlich. Ich erzähl mir doch nicht, dass das zufällig kommt. Zum Teil aber auch nicht. Ja, Freunde. Und sonst so? Nein! Wie viel ist denn bei dir Absicht, Alex, wenn ich mal fragen darf? Alles. Alles für die Show. Oh, der könnte zumindest mal... Alles für den Dackel, alles für den Club. So, jetzt versämmele ich den Schlagerhauf voll gerade aus, ne? Ja, würde ich dir zutrauen. Oh, hey, 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 Vorsicht, ruhig, Brauner. So, äh, was? Was? Hä? Wie? Wie, Kapau? Ach, du Scheiße. Das sah eigentlich schon ganz vernünftig aus, was Kim gemacht hat. Die ist ja irgendwie hochgesprungen und dann auf diese Rampe. Aber wie? Hä? Ja, ich ahne schon was, aber ihr liegt hier alle in der Gegend rum. Da kann man ja nichts machen. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein richtiger Ansatz. Also, Alex und ich, wir sind jetzt erst einmal nach, ähm, ja, auf die Karibik flogen. Also, wir sind gerade etwas radelt. Ich weiß gar nicht, wo es sich liegen geht, ehrlich gesagt. Fährt hier was, oder? Ah ja, okay, ich bin dran. Ah ja, okay, Fahrstuhl. Ach, nö, nö! Ach, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für eine scheiß Map? So muss man es ja auch, so radikal muss man es ja nicht gleich formulieren. Was ist denn das für ein Rotz? Die haben ja überhaupt keinen Sinn. Kein Verstand. Yes. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das muss ich mir angucken. Wo bist du eigentlich? Ach so, ach, am Anfang. Okay. Was mache ich denn hier? Oh mein Gott. Ja, rest in peace, headphone users. Wo muss ich denn hin, verfluchte Kacke? Du musst abprallen, sodass du in die Rampe reinkommst. In welche Rampe ich sie überhaupt... Oh, wow, 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 wow. Ja, aber wie prall ich denn da ab? Über dir ist jetzt die Rampe, ne? Diese, dieses Halbrunde da. So, und wenn du am... Ja, aber wie komme ich... Ja, jetzt gerade schlagen, vom Start aus, dann prallst du links von der Wand ab und zurück in die... Also du prallst offensichtlich nicht, äh, rechts übrigens, ich hab schon wieder rechts und links verwechselt, also rechts von der Wand, theoretisch prallst du ab, zurück in die Rampe. Okay, also genau. Wie schafft der denn sowas? Oh, du bist auf dem Blatt. Also das müsste jetzt extra Punkte geben. Wow. Wenn du davon da noch das Loch triffst, dann hinten. Boah, das ist ja der Hammer. Ich hätt's jetzt gefeiert, wenn er nicht zur Ruhe gekommen wär auf dem Blatt. Jetzt hat er's. Ja, perfekt. Und gleich in den Fahrstuhl rein, sehr schön. Sust du das, mein Fahrstuhl hat mich auch noch mal... Der ist schon ganz ruhig, immer, wenn Alex ganz ruhig ist. Das ist so, wie wenn ein Kind Luft holt, um gleich zu schreien. Da ist ein kurzer Moment der Ruhe. Da hängt aber die Zunge, da hängt aber die Zunge grad halb aus dem Mund raus, ja, und beißt mit den Zähnen drauf. Oh, schön, hier muss man ja nichts machen. Ich hab jetzt ein Finger weniger. Oh Gott. Hey, haben wir jetzt etwa alle ein Hole-in-One? Das wär ja der Knaller. Nee, okay. Oh, Daniel rollt runter, der hat Glück gehabt. Der hat richtig Glück gehabt. Okay, war trotzdem kein Hole-in-One. Ich dachte, du wärst schon drin. Der doch ist ein Hole-in-One, weil ich hab ja nicht geschlagen. Ach, stimmt, stimmt. Also, das wär ja möglichst ein Hole-in-One. Ja. Ja, guter Begriff. Ach, ich würd' ja sagen, das schreit wieder nach doll. Das ist schon wieder für Verschwurbelungen. Ja. Wow, yeah. Was? Was genau habt ihr jetzt gemacht? Nein. Oh Gott, ich dachte, ich roll da noch zur Seite weg. Das wär's ja. Hätte ich Kim angeschoben und mich selber ins Aus. Das wär ja der Knaller. Jawohl. Aber gut, wem würd' ich's hier mehr gönnen, außer Kim, ne? Wieso denn außer Kim? Na, weil du diese blöden 15 Schläge hattest. Oh Gott. Weil du schon gelitten hast. Das wollte ich damit sagen. Oh Mann. Ja, okay. Ich hab das jetzt andersrum verstanden. Nicht immer Böses von mir denken. Ich bin doch so ein negativer Mensch. Es ist zum Kotzen. Tada. Ich trau' mich nicht. Oh hey, da hinten ist die drehende Hecke. Jawohl. Ich trau' mich nicht. Hinten kannst du auch runter. Kannst von beiden Seiten probieren. Und da ist ein Regenbogen. Super. Das geht jetzt die ganze Zeit hin und her. Ach nee. Vielleicht doch. Sag doch. Regenbogen. Regenbogen. Ich guck mir die Map an, weil sie so schön ist. Und da ist der Regenbogen. Und da ist die Regenbogen. Ich geh grad den Skill ab. Toll, ne? Krieg's interessiert. Jetzt hat er's doch. Wahnsinn. Und hier ist Spongebob aus Tentakeln. Ohne Witz. Ja, ich guck's mir in deiner Aufnahme an. Ja, genau. Wollt auch gar nicht schießen. Hä? Ich hab noch nix gemacht. What? Na? Kannst du mal... Wow, der hat abgehoben. Der hat richtig abgehoben, ey. Ah, aber ich war auch nicht viel besser. Oh, shit. Oh, fuck. Ich war nah dran. Ich bin ein Stern. Ihr dürft euch was wünschen. Mal eher so in. Oh, 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 shit. Ach, da muss man gleich ganz gut. Oh, no. Okay, das ist gar nicht so leicht. Das ist dann eher so hier rum. Ah. Jawoll. Jawoll. Leider nicht gleich ganz hoch. Aber gut, den Verscheiden. Oh, komm. Oh. Da, Spongebob. Hab ich einen Draht ausgesucht, ey. Ja, natürlich. Okay, jetzt mach ich auch... Jetzt geh ich auch auf die Suche nach Spongebob. Ach, komm, was soll denn das jetzt? Kim, leite mich mal. Rechts, links. Äh. Vom Start aus hier von der... Von dem Loch. Von dem Loch rechts. Da siehst du es eigentlich gleich schon. Große Augen, Tentakeln aus Gras. Ach, da. Okay, ja, kann man als Spongebob sehen, ja. Er hat sogar ein Gehirn. Flieg mal in ihn rein. Hat ein Schnurrbart. Ach nee, das ist der Mund. Okay, ich flieg in ihn rein. Das sieht aus wie eine Beere. Ja. Stimmt. Das ist das Hirn. Das ist ja... Okay. Ja, cool. Ich hab eine gute Idee. Die Augen sind doch die von einem Furby, oder nicht? Ja, könnte man sagen. Was soll denn das? Mal geht er ohne Ende ab und dann geht nix. Ich glaub, es ist grad lustiger, was da passiert. Ich glaube auch, ich flieg mal zurück. Ja, das ist mir auch passiert. Ja, Kante. Sorry. Nach diesen Spielsession geb ich mir die Kante, das sag ich euch. Ähm. Mann. Ich suche toll. Aber die Fahne war immer schon in Sichtweite. Dein letzter, mach ihn rein. Okay. Oh. Getroffen. Ich hasse es. Ja, ist ja gut. Geh weg. Ach stimmt, da gibt's ja auch noch die Strafschläge. Oh. Ach nö, da muss man jetzt ins Rohr rein. Ja. Aha. Ähm, okay. Jetzt weiter hoch, oder was? Okay. Ich glaub schon. Vielleicht muss man wieder oben zum Liegen kommen, kann das sein? Ja. Leck mich am Ärmel. Wer hat sich denn so ne scheiß Loch-Sachen da ausgedacht? Den kannte ich noch nicht. Also, ich muss sagen, Alex ist der beste Rekrut, den wir jemals in Golfit hatten. Unterhaltung pur. Ja. Leck mich am Ärmel, find ich wirklich super. Das muss ich mir unbedingt verhalten. Wow. Ich steuere im Stalf, und jetzt bin ich irgendwo mitten im Wasser. Oh Gott, ich hab ein anderes Loch gefunden, glaub ich. Juhu. Ah, traust du dich um die Ecke, Kim? Eigentlich nicht. Ich trau mich sowas auch immer nicht. Ich glaub, ich hab fremd gelocht. Einmal trau ich mich. Wenn du da vorne weg bist, trau ich mich über die Bande. Oh, ich hab's viel zu doll gemacht. Das war einfach nur das Problem. Ich darf hier weiterspielen, dann bin ich sauer. Ansonsten hätte das geklappt. Oh, jawoll. Ach komm, was mach ich denn? Ja. Na? Bleib mal liegen, Daniel, falls du jetzt nicht... Ja, ich geb's dir tatsächlich. Gib mir das Stöße. Wenn hier nicht alles andere wieder rumfliegen würde. Oh, ne Satellitenschüssel. Ne, muss man da rein, ja. Dach mal, wer von euch hat sich diese Map ausgesucht? Jetzt mal ganz ernsthaft. Wir wissen es, der Zuschauer weiß es noch nicht, es war Daniel. Ich möcht's an der Stelle petzen. Das ist ja wohl unfassbar. Wer ist dieser Daniel? Ah, nicht doll genug. Okay. Bisschen doller. Nein, ah scheiße. Ey, so viel kann ich gar nicht fressen, wie ich kotzen könnte. Mann, doch, ich dieser Scheiß. Nicht doll genug gemacht. Sag mal. Ach, Mann. Die Scheide immer an diesem... ...hyperless Gedöns dann. Das ist echt nicht leicht. Da lebe ich schon verlochen von dem Heide. Okay. Exmark's den Spot. Ja. Geht doch. Nein. Nein. Fährt man da? Nein. Nein. Ich komm nicht rein. Nein. Seid ihr woanders hin? Ach, du bist da drüben. Nein. Nein. Moment, ich... Wo ist denn Kim? Nein. Ach, nee, du liefst... Ach, nee. Ach, das ist siebte. Nein. Oh nein, das zieht dich nicht hoch. Ach, nö. Nein. Nein. Doch. Ach, Kim hat heute Pech. Ich schaff's nicht. Wenn Alex jetzt Vorjahr baut... Was ist denn los? Das hat's gemüchsthaft, okay. Das tut mir leid. Okay. Ah, da bist du ja. Naja, hat doch geklappt. Wow. Zeit ist auch noch genug. Aber Schläge sind nicht mehr so viele, zumindest bei Alex nicht. Oh, nein. Das wär's gewesen. Oh Gott. Oh Mann. Hilferflore, diese Löcher. Oh, die Web ist nicht gut. Ist die anstrengend. Oh Mann, das ist so lustig. Okay, da kann man ja schon mal nicht doll... Ich hab die, wo wir gerade steig dir heim. Die starten immer unterschiedlich, ne? Ja. Oh, die Web ist so lustig. Oh, warte. Ach, das geht doch auch wieder nicht in einem Zug hier, Mann. Okay. Wo kommen wir denn da an? Geh weg. Wo kommen wir denn da hin? Ja, genau. Ja, wo kommen wir denn da hin? Nein. Hä? Wo bin ich denn? Unüberhaupt. Ach, da? Du bist doch noch. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt hab. Das hat viele Schläge gekostet, muss ich sagen. Da konnte man nicht so durchziehen. Das war falsch. Nein, nicht schon wieder. Ich hab die Suppen-Kalender getroffen. Mann. Nein. Man weiß nie, wann man schlagen soll, weil ihr immer da ständig in der Gegend rum hielt. Ach, wieder so eine Pinn-Geschichte. Wie lustig. Die Nägel. Oh Gott. Damit habt ihr ja schon gute Erfahrungen gemacht. Ach, nö. Was mach ich denn? Schopst mich. Ah, Scheiße. Nein. Zwo. Ach nein, nicht mit Nadeln. Nein. 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 Natürlich. Klar. Da ist man einmal über diese blöde Mist-Geschichte da drüber und dann... Okay. Kommt, jetzt doch. Ja, der geht durch. Oh. Der geht leider mit dir durch. Das hat mit Skilled ja nichts zu tun. Nee. Das ist dann das Glück, was man auch noch haben muss. Äh, der geht doch wieder, oder? Nein, nein, guck mal. Oh nein, auch nö. Der geht wieder Baden. Och nö. Der geht wieder Baden. Ach, da muss ich dir aber wirklich Pech attestieren. Das ist ja schade. Der dritte, der so daneben geht. Jetzt probiere ich es mal links rum. Da wollen wir gerade draus. So. Na? Ja. Schön. Na, ist er doch. Bei eine Minute elf gestoppt. Schöne Zahl. Das ist richtig. Vielleicht nicht. Oh ja. Oh, Blätter. Oh, Wasser. Huch. Guten Tag. Schön hier, oder? Uh. Deep Dive-Sammon-Lider. Ja, cool. Gibt's andere Fahnen? Da, wo ihr weiter gemacht habt? Weil ich sehe ja auch eine. Okay. Aber wir haben da so schön geplanscht. Das war sehr entspannend. Ich häng' da mittendrin. Ich, 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 ich. Nein. Hallo. Ich bin wieder, Alex, was hinterherkommt. Wie viele Löcher sollten das hier sein? Ich hab's schon wieder vergessen. Auch wieder so. Da hab ich auch ein paar mehr, ne? 32 oder sowas. Ja, ich glaub' 36. Das kann auch ein bisschen dauern. Wir sind bei 19. Echt? Oh Mann, ja. Das wird wieder eine XXL-Folge. Oh. Okay. 36? Einer ist auf der Strecke geblieben. Ja, da bin ich. Ich darf. Ich schaffe. Oh, come on. Jetzt geh' ich wieder planschen hier. Nee. Oh. Ich bin auch nicht gerade gut. Ach, da sind Ecken. Okay. Alles klar. Huch. Wer überholt mich da gerade? Ja, super. Ja, Daniel, so kann ich nicht. Du musst erst mal weg. So kann ich das nicht. Ah. Oh, scheiße. Ach, nö. So ein Elend. So nicht, ihr Kenneth. So geht das nicht. Ja, komm, Alex. Ich hab dir mal einen geschenkt. Ach, scheiße. Was mach' ich denn? Das klappt nicht. Mal einen eingeschenkt hier. Mann. Bleibst du da liegen? Na. Nein, 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 nein. Danke. Also, das war ja schon mal krampfig, hier rüber zu kommen. Okay. Da hab' ich jetzt richtig Schläge gebraucht. Okay. Und bin ja noch nicht durch. Ui. Ja, aber dann kommst du bei sowas wieder direkt rein. Das ist halt schon schön. Auch nicht Standard. Das schaff' ich nicht. Mich überraschend. Ich folge mal dem Alex. Was ist denn da? Da ist ein Böhmel. Wenn das mal kein Fehler ist. Was ist denn der weiße Punkt da? Das frag' ich mich auch gerade. Das ist das Oberteil von der Fahne. Ach ja, okay. Na dann ist ja easy. Es lukt dort hervor. Das ist doch nicht dein Ernst. Ein Lurch lukt hervor. War das daher? Ja. Dann hab' ich mich jetzt nicht blamiert. Scheiße! Kommt mir bekannt vor, leider. Blamieren oder scheiße? Sowohl als auch. Ja, okay. Geht ja meistens Hand in Hand. Ja. Stimmt schon. So. Hallo. Sag mal, sind das immer die gleichen Löcher jetzt? Oder was geht hier ab? Sehr ähnlich mit den Rampen, ne? Da ist das Budget ausgegangen. Da hinten ist der Wasserfall. Ich erkenne ihn wieder. Nein! Ich werde Albträume vor ihm haben. Ach nö. Wieder einer hat zu viel. Mindestens. Schlimme Träume. Ah, ich würde sagen von der Wand abprallen und hoch. Ach so, ihr seid woanders. Ich liege hier ganz alleine. Na gut, dann kann ich rumexperimentieren. Boing. Oh. Super. Da war ein Loch und ich bin wieder runtergeholt. War das gut oder? Uh, Glück gehabt, Glück gehabt. Halt! Da nicht rein! Ja, ach was. Was soll ich dagegen machen? Oh, hey, das war aber gut. Ach man, muss ich hier Etage für Etage hocharbeiten? Das ist ja toll. Das finde ich ja schick. Scheiße. Ich war kurz oben, dann bin ich wieder runter. Bloß nicht näher, du. Ich? Ja. Sonst falle ich wieder ins Loch dahin. Ja, warte mal. Ach man. Ich habe es verkackt. Das war nicht gut. Moment, ich muss mehr. Ach nö, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ich darf gar nicht so doll machen. Ha! Ja, aber auch nicht zu lasch. Oh shit. Dann mach mal lieber F, wenn du ganz unten bist. Das habe ich wirklich Spaß machen. Ah, fast rein. Jetzt bist du da schon wieder da. Du guckst immer nur, was ich mache, oder? Ich bin überall. Das war jetzt aber auch einiges. Oh. Ja, wer will wo? Also ich glaube, schmummeln darf man da schon mal. Ich zoome gerade mal raus, aber... Schmummel, bitte. Es ist schwer zu sehen. Und hängen gleich zum Eck. Ich würde... Eigentlich würde ich aufs Kleinste tendieren. Naja, die Mitte ist die Kleinste. Das Kleinste. Und, hattest du was gebracht? Ich glaube, ich nehme rechts. Wo bist du hin, Alex? Ich glaube, ich nehme rechts. Ich gehe mal links. Oder ich gehe doch nicht links. Ach so, die gehen alle runter. Alles klar. Hm. Dann machen wir jetzt den. Nein. Oh! Wo bin ich denn? Hä? Was? Was? Wie konnte der da runterfallen? Da ist eine Lücke in der Wand. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Du blödes... Ah, die Lücke ist hinterhältig. Die ist echt hinterhältig. Du dummes, dummes Loch, du. Das habe ich nicht. Meine Güte. Ach, Kim, auch noch im Rennen? Aber ich verstehe viele, die ich nicht. Das tue ich sehr gerne. Ja. Also, deine Leuchtefarbe passt sehr gut hier zu der Karte. Das muss man schon mal sagen. Ja, oder? Das war aber keine Absicht. Ich probiere auch noch gerade mal mein Licht. Oh, nö. Goldspin. Ich sehe eine Ranke. Ich kriege Flashbacks. Tja, ich weiß nicht. Da hinten in den Stamm rein oder so. Du meinst das Abflusswort? What? Ist das ein Rohr? Ich dachte, das wäre so ein Baumstamm. Ach so, ja. Ja, 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 in dieses Raum. Ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Nö. Ach, cool. Das war cool. Nö. Jetzt habe ich leider eine doofe Ausgangslage hier. Nein. Oh. Nö. Okay, das war schlecht. Ich bleib mal hier liegen. Ich komme da nicht in die Blöden. Ah, ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Das gibt es ja nicht. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Witz. Hä? Was? Wie? Ah, scheiße. Ich fühle mich so verarscht. Ach, cool. Richtig doll. Das ist ja ein Witz. Oh, yeah. Ich habe elf Schläge gebraucht, um in dieses bescheuere Rohr reinzukommen. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ja, das ist einiges. Das stimmt. Hallo. Oh, jetzt bist du aber schon da. Ja, jetzt muss ich ja alles mit dem Skill wieder wettmachen hier. Die letzten zwei. Oh. Oh. Äh. Ach so, das ist so ein leichter. Ja, leichte Anhöhe hier vorne. Aber wo landet man? Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, okay. Der geht richtig ab, muss man sagen. Da darf man nicht zu doll machen. Ah. Genau ins Loch. Jawohl. Das war ein schönes Glückliches. Jawohl. Jawohl. Oh, das ist schwer. Ja. Seid ihr alle schon drin? Nee. Nee. Ah. Oh. Was ist denn das? Nein, 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 nein. Scheiße, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Bleibst du liegen. Oh Gott. Was ist denn das für eine Blase? Die sieht ja interessant aus. Das nennt sich Stein. Ah, das ist schwer da. Na, weil das so reflektiert. Nee, das dreht sich so komisch. Na gut. Warten die alle auf mich? Ja. Nein. Was ist denn da los? Ja, bitte zu. Wie toll du das machst. Oh, Regenbogen. Regenbogen. Der Baum hat ein Gesicht und Arme. Ja. Der will mich knuddeln. Oh, das ist ja mies hier. Ach, dass der auch wieder mit hochspringt? Nee, Moment. Oh, nein. Oh ja. Ich knuddel dich, Baum. Wow. Yeah. Ach, hey. Ich bin beider Fühlerin. Ich bin auch Baumknudlerin. In die Kelle rein. Okay, Moment. Ach, hey. Wie schafft man das am besten? Ding. Okay. Upsa. Aha. Ich rolle mal weiter. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und die nächste, die einfach da runterrollt. Ich finde das so unfair. Entschuldigung. Dafür bist du drin. Ich. Ja, ne? Muss man aus sich ziehen. Mann. Ach, herrlich, herrlich. Oh. Da braucht man, wie sie schmack ist. Ja, ich glaube, da muss man doller machen. Oh. Entschuldigung. Schießen die sich gegenseitig ab. Na, ich gehe mal. Das freut sich an. Oh, jetzt ist schön. Der Baum leuchtet. Oh, 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 aha. Boing. Das war zu weit. Hä? Wieso? Das auch. Okay. Das, äh. Ja, okay. Das probieren wir mal lieber so. Aha. Ah, ganz okay. Juhu. Nein. Da warte ich doch lieber noch, sonst passiert dir wieder ein Unglück. Ich habe jetzt schon wieder fünf. Kannst du dich auch leuchten? Ich gehe dir mal aus dem Weg, Alex, bevor du da hier komische Sachen machst. Schöne Musik gerade wieder. Ja. So. Voll toll. Höchstisch. Oh. Ich bin vorne. Sollen wir da rüber oder sollen wir da runter? Ich würde sagen rüber. Achso. Spür um den Mond. Das war zu wenig. Unten waren wir schon, da ist dieses Ding, was rotiert. Ah ja, die Rollenecke. Das war zu viel. Die Rollenecke, genau. Das war noch mehr zu viel. Oh, genau durch die Mitte durch. Das war schon wieder zu viel. Ach man, muss in die Mitte. Bleib liegen. Bleib liegen. Hahaha. Zwei Schläge. Zwei Schläge, das darf doch immer sein, Oli. Ah. Es läuft. War ich überhaupt richtig? Ja, läuft der Lachs, ne? Ja, doch. Genau. Ich tauche immer wieder an der gleichen Stelle auf. Doch, ich war richtig. Das passiert immer, wenn man ins Wasser fällt, zum Beispiel. Wissen Sie, oder? Diese Klasse, ey. Ich habe echt durch die Mitte abgekürzt. Das war ein Glück. Natürlich. Ja, ihr wisst ja, wenn es nicht Skill ist, ist es Glück bei mir. Huiuiui. Oh, da ist ein Schild. Das sagt nach rechts. Über das Wasser hüpfen, oder was? Ich will aber nicht nach rechts. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Map hasse? Ich weiß nicht, ob direkt... Juhuuu. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Ich kann mal Nemo finden. Hä? Das war nix. Hallo, Herr Wal. Was? Wo? Ach so. Hä? Jetzt verstanden ich. Der Baumstamm muss ich bitte mal verpiesen. Och, was für eine Assi, man. Man muss da rein. Okay. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Boing. Und dann da hoch. Oh, nein. Oh. Also, der Anfang läuft nicht bei mir. Hm. Was? Da soll man auch noch rüber? Ist das euer Ernst? Jetzt stört mich der Baumstamm tatsächlich auch sehr. Der kommt doch gleich zurück. Ja, natürlich. Oh. Oh. Scheiße. Das läuft gar nicht. Ach, komm. Aha. Ach, Kraftprobleme. Das hat jetzt schon mal fünf Schläge gebraucht, bis ich den ersten Baumstamm überwunden habe. Das geht auch wieder nicht. Das geht auch wieder nicht, ne? Ja. Nein. Aha. Ach, du Schreck. Okay. Positionieren. Wir sind die Dalek. Der Anfang war zäh. Sag nichts, Alex. Sag nichts. Ich hasse es einfach so. Ich hasse es. Ich muss mir das erstmal angucken. Es ist nicht gut. Ah ja. Alles klar. Fange ich hier mit dem Nein-Spiel an, ja? Nein. Nein. Ah, ja. Aha. Ach, sehr schön. Oh, Mann. Was? Wasser? Schlechte Position hier, aber gut. Warum ist denn hier Wasser? Na, Daniel. Rechts oder links? Ja, macht nix. Ich auch rechts. Ja, aber, 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 aber. Hier ist Wasser. Wups. Ach so. Was heißt das? Muss man doll machen? Keine Ahnung. Also, ja. Hätte ich jetzt schon mal gesagt. Schätze schon. Ah ja. Also, doll konnte ich gar nicht machen. Ehrlich gesagt. Ja, das bremst halt immer, sobald du da halt. Ja, genau. Ich glaube, man muss langsam ist auch. Okay, man muss Glück haben und rüberbouncen. Das ist es einfach. Und Glück ist mein zweiter Vorname. Zumindest in Golfit. Kannst du dich unbedingt in den Spielsatz Glück? Ja. Wer braucht Können, wenn er Glück hat? Genau. Was? Moment. Okay. Ey, warum muss man denn da jetzt hin? Ja, ich sehe auch nichts so richtig. Aha. Einmal im Clarero. Ich bin hier dann. Da hinten wollte ich jetzt auch entlang. Ich glaube, ich bin falsch. Ich trau mich da auch mal rein. Äh. Was? 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 Was ist das denn? Wohin soll man denn? Wo müssen wir denn hin? Ah, da. In das Blumenbeet. Und dann geht es drunter. Birdie. Nein, wo bin ich denn jetzt? In welchem Blumenbeet? Da hat es Lila gesteckt da in der Mitte. Wieso soll ich denn das anvisieren? Was ist denn das für eine Scheiße? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh! So nicht. Um Gottes Willen. Ich war schon davor und bin wieder weg. Gott. Der ist Wohlen. Mit dem ersten Schlag war ich davor. Och Mann, ey. Ich will immer. Wo seid ihr denn lang? Sag mal nicht. So. Ja. War auch nur eine rhetorische Frage. Ich glaube, ich bin tatsächlich falsch. Ach, scheiße. Jetzt hocke ich hier. Oh Gott. Soll ich dir einen Tipp geben? Nee, nee, nee. Das musst du wirklich nicht. Ich will das selber rausfinden. Aber es kostet jetzt Schläge. Es ist einfach so. Es gibt noch, glaube ich, den Baumstamm da. Als hat es jemand in jedem guten Elternhaus hört. Nee, warte mal. Ihr seid doch... Was? Ab ins Loch? Nee, das kostet jetzt Schläge. Also... Aber ich sehe es echt nicht. Ich kann jetzt hier irgendwie weiter, aber ich weiß nicht, wo ihr hier lang seid. Der Standardspruch meines Vaters. Oh shit. Warte, warte, warte. Nee, hier runter auch nicht. In der Mitte zu der Pflanze. Das sieht... Ach, da... Ja, okay. Ich sehe es von unten. Das ist ja mies. Das war gut versteckt. Äh... Und nun? Äh... Rüber, äh... Oder, äh, runter, äh. Nur den hier. Und tut das nicht gut. Das weiß ich auch nicht, äh. Oh, da kann man noch gut rollen. Okay. Was ist hier? To the cross? Ihr seht aus, wie jeder so lang tingelt, ey. Das ist so schön. Mhm. Mhm. Hat was. Oh. Nein, jetzt stehe ich echt am Rand und... Uff. Äh. Ach, na toll. Oh, nein. Das war... Shit, wie soll man das jetzt rausfinden? Das war ein Stoß. So. Okay. Ich hab ein bisschen getrickst. Ich geb's zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zoomen. Oder ihr guckt einfach, wo ich hingehe. Wie zoomen? Nun ja, aber... Wie kann man so scheiße schlagen? Rauszoomen und dann von unten gucken. Nein, nein. Aber da ist doch... Da ist doch nirgendwo ein... Ein Abschluss... Ach doch, da hinten ist... Ach, komm. Ach, komm. Na, komm. Danke. Ach. Oh. Ja, schön. Ein Kossel. Oh, Mann. Ich bin in der Hecke hängen geblieben. Oh. Was? Das war nicht gut. Ach so. Ja, zu doll dann wohl auch nicht. Warum lieg ich nicht? Wie soll man denn da hochkommen? Ach so. Okay. Ach so. Jetzt seh ich's auch. Okay. Äh, aha. Beam me up. Okay. Oh, nein, nein, nein. Er ist wieder rausgekommen. Das kann ja nicht wahr sein. Ah, jetzt fährt das Ding wieder hoch. Ach, nö. Das kostet Zeit. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt hier gerade alle synchron sehen oder ob ihr vor mir... Nee, wir sehen's nicht synchron. Meins kommt jetzt erst runter. Bei mir ist es jetzt wieder unten und fährt jetzt hoch. Ja. Bleiben wir drin? Noch fährt's nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir parallel fahren. Also aus meiner Sicht schon. Nein, du bist ein bisschen vor mir. Der ist schneller. Der beschleunigt noch im Fahrstuhl. Ist ja unglaublich. Das sieht ganz komisch aus. Ach so, ist schon das Ziel. Okay. Manchmal sieht's komisch aus. Ja, huch. Ja. Wow, wie cool, wenn Alex einfach nur so hoch hobbelt. Hm, klebt an der Wand. Ist das nicht sogar gerade Musik aus, äh, American Magies Alice? Kenn ich nicht, deswegen kann ich's nicht beurteilen. Magies, Magies, die auch immer ja heiß. Oh, leck mich. Ach so, doch. Wir sind jetzt drüber auf die andere Plattform. Oh, das ist ne Ecke, ne? Okay. Doll. Doll. Hat das gereicht? Das hat nicht gereicht, aber ganz knapp. Wow. Wo soll man jetzt hin? Wo ist man denn hier? Ach nee, da war ich prall am Baum ab. Okay, hat aber gereicht. Ähm, ja, gute Frage. Okay. Ah, hier sind aber die Ziele schon fast... Ach so. Verstehe. Ah, nein. Das war gar nicht das Endgültige, okay. Darf ich hier bleiben, bitte? Nein, natürlich darf ich das nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, die Pflanze hat keine Kollision zum Schluss. Bin ja schon mal glücklich, nicht am Blatt hängen geblieben zu sein. Ah, immerhin. Puh. 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 Feste Truff. Puh. Er macht den Senkrechtstarter. Wie schafft er das nur immer? Ja. Nein, der ist wieder zu kurz. Boing. Was auch fest zu weit ist, oder? Das ist ja... Okay. Ich glaube, Alex hat sich schon gemütet, oder? Ja, ich habe auch so das Gefühl, er lässt das jetzt einfach unkommentiert. Ja, guck. Ja. Ja, ja. Prallt der noch nach vorne? Dieser alte Glückspilz, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zurück zu Anfang. Aufs andere Loch gezielt da hinten vielleicht. Huch. Ach so, wir sind durch. Wir sind durch. Thanks for playing. Der Tom hängt schon noch nicht gemacht. Scheiß, danke ich. Ich fand die schön. Auch. Ich will nach Hause. Das hat Spaß gemacht. Oh, so schlecht fand ich die jetzt nicht. Ach so, hier ist ja doch noch ein... Abschlussbuch. Äh. Na, geht das nicht? Oh, Mann. Oh, Mann. Kim hat es geschafft. Wie ging das? Nein, habe ich nicht. Aber du bist höher gekommen als die anderen. Das ist korrekt, aber es hat mir nichts gebracht. Ich bin wieder am Anfang. Moin. Hä? Ach so. Nochmal. Ja, stimmt. Das ist blöd. Wo muss man denn? Einfach nur höher. So peu a peu. Na gut. Nein. Also nicht zu doll. Aber so ein bisschen schon. Okay. Nein, da ist auch noch ein Loch. Da ist ein richtiges Arschloch hier reingebracht. Ja, so kann man das nennen, genau. Ich treffe halt die Zielscheibe, aber es bringt nichts. Jetzt ballern wir hier nochmal alle unsere Schläge rein. Das ist auch nicht schlecht. Ach komm, jetzt liege ich wieder da unten. Das gibt es doch nicht. Ah. Der prallt aber auch merkwürdig ab. Mal nach oben, mal nach unten. Hm. Wo muss ich denn jetzt hin? Aus meinem Blickfeld auf jeden Fall. Ah. Was mache ich denn jetzt? Hey. Hey. Ich glaube, es ist doch ein Rotzel. Hey, warum fliegt er jetzt so hoch? Hey. Jetzt bin ich ja wieder da. Was soll denn der Scheiß? Wo muss ich denn hin? Ich bin fertig. Ich auch. Ich auch. Also hier geht nichts. Das ist echt ein bisschen. Das hat doch so schön alles funktioniert bisher. Nein, ich treffe noch nicht mal diese Zielscheibe da oben. Komm, jetzt bleib doch mal da liegen. Oh. Oh, das geht nicht mal. Ach so, jetzt kommen wir zurück, oder? Ich würde es ja gerne regulär schaffen. Also, jetzt haben wir mal eine Chance hier. Was? Nein. Was ist das denn? Du bist auf der Zielscheibe. Ja. Aber ich muss doch da abprallen, oder? Also zurück jetzt. Keine Ahnung. Ey. Ach, ich bin Idiot. Hab R gedrückt. Nein. Ey, die Mechaniken funktionieren hier nicht. Ich wollte nur da rüber. Ich dachte, ich mach's über die... Gehst du denn hier zwei? Ich habe auch die Zielscheibe genommen. Das bringt gar nichts. Ja, genau. Das bringt gar nichts. Und ich habe 13 Schläge. 13 verfickte Schläge. Ah. Du kannst es dir aber leisten. Oh. Oh. Jetzt habe ich das Ergebnis, das Ende wenigstens auch gesehen mit Olli. Oh. Naja, Ende. Nix Ende, Mann. Ach so, da geht's noch weiter. Ja, mein letzter Schlag. So ein Scheiß. Jetzt kann ich nur noch... Das klappt niemals. So wie ich dich kenne, klappt das doch. Gott sei Dank. Natürlich. Nee, ich kann hier noch nicht mal... Die ersten Querbalken nehmen und dann drüber pfeffern hier. Ja, ne? Oben drüber, würde ich auch sagen. Oh. Ach, die Zeit war rum. Toll. Die Zeit. Ach, Mensch, Olli, du hast nicht einmal das Zielergebnis geschafft, du. Ja, ich weiß, dass ich jetzt wieder hart kritisiert werde. Werde ich die Einzige, die das letzte Loch geschafft hat? Ja. Nice. Wow. Das war echt... Das hat leider nicht zum Rest gepasst. Muss ich sagen. Das war ein bisschen nervig. Das war so ein bisschen trollig am Ende. Ja. Aber dafür winkt uns jetzt der Baum im Hintergrund. Und er blinzelt. Blinzelt. Genau. Aber er blinzelt irgendwie komisch. Der hat Augengräbs von dem, was wir veranstaltet haben. Ich glaube auch. Und er kotzt ein bisschen. Ja. Ja. Ja gut, dann sind wir am Ende der Karte angekommen. War etwas längere Karte. Ich glaube, sie war trotzdem ganz schön. War etwas schwieriger als die Standardkarten, die wir bisher gehabt haben. Aber ja, war doch ganz gut gemacht. Also da kann man durchaus gerne mal auch einen Daumen nach oben da lassen, denke ich. Ja, genau. Ja, und dann danke ich fürs Mitspielen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber erst, nachdem ihr alle Sachen beim Olli und bei uns angeklickt habt, die Kanäle stehen in der Kanalbeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ein Zauberhaushalt noch. Adieu.